Vermisst du schon den Sommer? Vermisst du das Gefühl grenzenloser Freiheit? Den Sand unter deinen Füßen? Das erfrischende Wasser rund um deinen Körper? Vermisst du schon den treibenden Beat, der dich zu Ekstase bringt? Den Beat, der dich glühlt und deinen Gefühlen freien Lauf lässt? Kurz vor den Openings in Ibiza ist es an der Zeit, den Spirit und das Lebensgefühl der Partyinsel Number One zurück in dein Herz zu bringen. Red Bull, Virtual Nights und der Cocoa Beach Ibiza holen dir das Original zum allerersten Mal nach Belgien. Direkt in das Triangel nach St. Viet. Ibiza World Club Tour Welcome to St. Viet. Live on stage Daniel Diaz vom Cocoa Beach Ibiza. Chris Montana vom legendären El Divino Ibiza. Kai Chris vom Clubbing an der Escobar. Lokal Matador Spotlight. Special Guests und viele, viele mehr. Sei dabei, wenn die Ibiza World Club Tour den größten Ibiza Indoor Club im Triangel in St. Viet ins Leben ruft. Lass dich von den Performern aus Ibiza verzaubern. Schrei auf, wenn die ibizänkischen Klänge, LED-Roboter sowie großen Laser deine Seele berührt. Deine Seele berührt. Feier zu den heißesten und angesagtesten Beats der Partyinsel Number One. Der Partyinsel Number One. Der Countdown läuft. Der Countdown läuft. Das große Ibiza World Club Tour Welcome to St. Viet. Am Mittwoch, den 28. Mai 2014 im Triangel in St. Viet. 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 TRIANGEL IN ST. Viet.